Bayern 3 Bayern 1 B3 Schlagerexpress B3 Schlagerexpress Das war ein Schlager made in Germany. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Noch 15 Sekunden. So, und jetzt wird's ehrlich ernst. 10 Sekunden noch. Hey! Happy New Year! Happy New Year! Aufsäuer! 1985 ist in der Luft. Fritz Egner und Jürgen Herrmann und das Team von Bayern 3 wünscht allen Happy New Year. Alles Gute im neuen Jahr. 1985 ist hier. 21 Uhr. Nachrichten im B3 Radioclub. Tote bei Auseinandersetzungen im Brüsseler Fußballstadion. Soweit die Übersicht zu den Nachrichten im B3 Radioclub. Redakteur im Studio ist Kurt Brauns. Die genaue Zeit. Mit dem Gongschlag ist es 22 Uhr. 22 Uhr. Hier ist der Bayerische Rundfunk mit Nachrichten. Brüssel. Das für heute Abend geplante und inzwischen auch angepfiffene Endspiel um den Fußball-Europa-Cup der Meister zwischen dem FC Liverpool und Juventus Turin sollte ein sportliches Ereignis werden. Stattdessen spielten sich im Brüsseler Heiselstadion Schreckensszenen ab, die die Begegnung mehrere Stunden lang aussichtslos erscheinen ließen. Hier bei uns im B3 geht's nach den Nachrichten weiter mit Sevener Pop und Regine. Es ist 19 Uhr. Nachrichten im B3 Radioclub. Redakteur im Studio, Kurt Brauns. Der ARD-Nachtexpress hat in zwei Minuten die Endstation erreicht, aber wenn Sie wollen, nach den 4 Uhr Nachrichten lassen wir es dann aus dem Radiowecker weckern. Hier ist der Bayerische Rundfunk mit Nachrichten im Frühprogramm der ARD. Mit dem Gongschlag ist es 4 Uhr. 4 Uhr. Einen schönen guten Morgen wünscht der ARD-Radio-Wecker heute vom Bayerischen Rundfunk aus dem Münchner Funkhaus. Gute Unterhaltung nun. Guten Morgen, hier ist der Bayerische Rundfunk. Verehrte Hörer, wir blenden uns jetzt aus dem ARD-Nachtprogramm aus und melden uns in circa 5 Minuten wieder mit unserem eigenen Tagesprogramm für Freitag, den 3. Oktober. Bayern 3 Verehrte Hörer, hier ist der Bayerische Rundfunk, eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Frühstart auf der Welle von Bayern 3, einen schönen guten Morgen. Und die ersten drei Titel, Put in on the Ritz, Taco, Spar the Murphy Gang, vierte Gott Elisabeth und anfangen wollen wir mit Shaken Stevens, Green Door. Hier ist der Bayerische Rundfunk. Liebe Hörer, wir blenden uns jetzt aus dem ARD-Nachtprogramm aus, das wir in der vergangenen Nacht vom Westdeutschen Rundfunk übernahmen. In etwa 5 Minuten beginnen wir mit unserem Tagesprogramm für Samstag, den 4. Oktober. Bayern 3 Bayern 1 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 Vielen Dank.